Hallo, ich bin Theo. Heute will ich mir anschauen, welche Farbe die Autos haben, die hier vorbeifahren. Lasst uns die Farben gemeinsam aufsagen. Das ist ein Polizeiauto. Es ist weiß und blau. Hallo, Theo. Hallo, Renni. Das ist Renni. Sie ist gelb. Und Rogi, der Bus, ist grün. Das ist ein Taxi. Es ist orange. Haben wir denn keine Fahrgäste für das Taxi? Das ist ein weiß-roter Krankenwagen. Ein rotes Feuerwehrauto. Und ein gelber Abschleppwagen. Theo, los, lass uns eine Runde drehen. Ich zieh dich. 2 Ich bin ein kleiner Bus, kleiner Bus. Kleiner Bus, kleiner Bus. 1 Lager